Das heißt also, diese Regeln, das ist auch noch mal eine gute Frage, Frau Dey, diese Regeln werden wir noch monatelang einhalten müssen. Die müssen also der Standard sein, die dürfen überhaupt nie hinterfragt werden. Abstand halten, Händehygiene und dort, wo wir Abstand nicht halten können, zusätzlich Alltagsmasken oder Mund-Nasen-Schutz tragen. Und das gilt für drinnen und draußen. Also das ist die Grundregel, die dürfte und sollte niemand mehr in Frage stellen. Das sollten wir einfach so tun. Ja und dann ist es halt so, wenn es trotzdem zu lokalen Ausbrüchen kommt und es trotzdem zu größeren Ausbrüchen kommt, dann kommen natürlich die lokalen Maßnahmen dazu. Das kann dazu führen, dass man lokal wieder bestimmte Ortschaften schließt, dass man lokal dazu führt, dass man Gaststätten schließt, dass man bestimmte Maßnahmen, die man gelockert haben, dass man diese Maßnahmen wieder anzieht.